Moin! Stromzähler, wie funktioniert er? Und dann können wir uns auch die Frage selber beantworten. Ist das mal imponierend möglich? Irgendwelche Tricks da, ohne reinzugreifen? Mal sehen. Ich hatte ja, ich verweise hier oben nochmal auf dieses Video Wirbelstrombremse, wie das funktioniert. Wirbelstrombremsen gibt es zum Beispiel auch in Stromzählern. Wirbelstrombremse ist in Wikipedia wunderschön erklärt oder an Fragestellen. Ach, das gibt es überall. Diese Stromzähler, die nennen sich auch Ferraris Zähler. Ich habe da mal ein schönes Prinzip-Schaltbild rausgesucht, aber wir gucken uns den dann auch noch mal von innen an. Ich habe nämlich so einen Ferraris Zähler, relativ komplizierter Aufbau kann man nicht sagen. Wenn man weiß, was es ist, ist es nicht so schlimm. Aber ich gehe dann mal auf dieses Prinzip-Schaltbild ein, wie das insgesamt funktioniert und dann wissen wir auch, was wir machen können. Beziehungsweise wir gucken uns das dann noch mal in der Natur an. Also, der Stromlaufplan ist ganz einfach. Ich muss ja messen, wie viel Strom jemand verbraucht. Dafür habe ich eine Stromspule mit einem Strom-Eisenkern. Demzufolge, damit es gerecht zugeht, PSU mal I, das ist die Leistung und das mal Zeit, dann habe ich letztendlich die Arbeit oder die Energie, die ich verballere, brauche ich auch eine Spannungsspule, einen Spannungskern. Also ich habe hier einen Kern und hier einen Kern. Die Spannungsspule, die muss parallel angeschlossen sein. Hier geht es rein, hier hinten geht es zum Verbraucher. Also hier keine Verbindung. Das Bild, das sagt eigentlich letzten Endes schon fast alles. Ich habe diese beiden Spulen hier und dadurch, dass da Wechselspannung anliegt und Wechselstrom durchfließt, die Stromspule ist im Allgemeinen sehr dick mit wenig Windung. Die Spannungsspule hat ganz viele Windungen, damit sie das ganze System nicht zu sehr belastet, damit der Stromzähler also keine Energie verballert, sinnlos und deswegen ist also die Spannungsspule parallel angeschlossen. Das blaue direkt hier mit dem N-Leiter und mit dem L1-Leiter und die Stromspule, da geht der Strom erst durch und geht dann erst zum Verbraucher. Also wie man ein Strommessgerät anschaltet bzw. wie man Spannungsspannung ist nämlich parallel zur Spannungsquelle und Ströme in Reihe. So, jetzt haben die beiden, also diese Spule hat eine sehr hohe Induktivität wegen der vielen Windungen und hat gegenüber diesem Wechselfeld, was ständig erzeugt wird, ist dieses Wechselfeld um rund 90 Grad verschoben. Das erzeugt also letzten Endes, na sagen wir, um 90 Grad verschobene Wechselfelder, Magnetfelder und die, die beeinflussen diese Scheibe, die hat vorne meist eine Markierung, eine farbliche und diese Scheibe, die fließt eben, die rollt hier ganz knapp durch diese beiden Elektromagneten durch. Dadurch, dass die aber verschoben sind, erzeugen sie ein vorwärts treibendes Moment und je höher die Spannung, umso besser, umso schneller dreht die Scheibe, aber wenn kein Strom da ist, dreht sich nichts. Von alleine dreht sich nichts. Wenn nur Strom da wäre und keine Spannung, was ja Quatsch ist, das geht eigentlich nicht, würde sich das ganze Ding auch nicht drehen. Jetzt kommt nicht auf die Idee, hier irgendwas abzuklemmen oder andersrum zu klemmen. Das ist verblombt, im Allgemeinen ist auch verboten, deswegen und man will ja überlegen, ob man den Stromzieher nicht langsamer laufen lassen kann. Wie funktioniert es? Der muss langsamer laufen und das ist einstellbar, nämlich die mit einem Permanentmagneten. Der kann nachgestellt werden, was den Abstand und alles solche Dinge angeht. Der berührt die Scheibe auch nicht, aber der bremst die, ähnlich wie in einer Wirbelstrombremse. Ändert sich die Stärke des Magnetfeldes, welches einen Leiter durchsetzt, werden Spannungen induziert in dem Leiter, hier in diesem Fall in der Schiene. Und wenn Spannungen in einem Leiter sind, werden Ströme erzeugt. Wenn Ströme erzeugt werden, bauen die letzten Endes wieder ein Magnetfeld auf. Und dieses Magnetfeld und dieses, die beiden, beeinflussen sich gegenseitig. Und genau das gleiche Prinzip haben wir hier. Warum haben wir die Bremse? Na, erstens brauche ich die Bremse, wenn ich den Strom mal ausschalte, komplett auf Nullschalte, dann würde die Scheibe durch die Trägheit weiterlaufen. Und den Zähler, der hier an der Scheibe angeschlossen ist, an der Scheibenachse, da ist ja dann noch so ein Zählwerk, wie bei so einem alten Kilometerzähler, würde den Zähler weiterdrehen. Das ist nicht im Sinne des Erfinders und das wäre auch nicht gerecht. Aber auch noch was, ich muss auch einstellen können, wie gut die beiden Magneten wirken. Und das kann ich praktisch damit machen, indem ich ein ganz bisschen Bremse, und zwar so Bremse, dass dann hinterher das auch wirklich angezeigt wird, was verbraucht wurde. Jetzt könnte man ja sagen, gut, dann kämen wir ja vielleicht auf eine Idee. Man müsste also die Scheibe noch, aber hier komme ich ja nicht ran, noch anders bremsen. Ich habe bloß noch mal das Bild hier. In diesem Fall ist nicht so gemeint. Hier hat einer einen optischen Koppler genommen und einfach nimmt praktisch das Vorbeidrehen dieser roten Markierung. Das kann man ja auch messen, das ist auch nicht das Problem. Aber naja, mehr sage ich dazu nicht. Wenn ich noch mal das angucke, ob ich nun ein Magnet hier vorne habe, ob der auch irgendwie wirken könnte. Na klar, es wäre schön, wenn er von oben und unten wirkt. Aber egal wie, es ändert die Stärke eines Magnetfeldes sich immer dann, wenn sich ein Leiter daran vorbei bewegt. In dem Leiter ändert sich die Stärke. Jetzt habe ich schon sechs Minuten über dieses ganze Thema erzählt. Noch was. Manche sagen, ja, dann lassen wir eben das Ding rückwärts laufen. Jetzt könnte man ja sagen, okay, dann hier ist Eingang, hier ist der Ausgang, dann werde ich die beiden Drähte vertauschen. Geht nicht, ist verboten, ist sichtbar, würde auffallen. Meistens kommen Kontrolleure dann, wenn man nicht mehr die Zeit hat, zum Blödsinn zu ändern und hier vielleicht noch eine neue Blombe anzubringen. Selbst da gibt es Anleitungen, wie man eine Blombe anbringt. Aber das dauert alles. Das ist dann alles ein bisschen schwer. Insofern ist der Betrug auch das ist einfach nicht richtig. Und wenn man dann von außen was macht. Und dann gibt es noch einen, der hat gesagt, ja, aber. Und eins darf man nicht vergessen. Hier haben wir eine Bremse. Und hier innen drin, das ist jetzt hier nicht der Übersichtlichkeit wegen eingezeichnet. Hier drinnen gibt es praktisch so eine Art, naja, Stillstandsmarkierung. Und die Stillstandsmarkierung, ich mache mal kurz Pause, kleinen Moment. Die Stelle habe ich gesucht, um sicher zu gehen, dass der Zähler steht, wenn keine Wirkleistung bezogen wird, trägt die Achse der Zählscheibe eine Hemmfahne, welche von einem Gegenstück auf den ruhenden Teilen angezogen wird, sodass die Scheibe zum Stillstand kommt, wenn eine bestimmte Mindestleistung unterschritten wird. Und darauf bezieht der sich, der da sagt, man könnte, und ich habe es probiert, ich werde es dann auch gleich im Video zeigen, man könnte mit der Leistung so weit runter gehen, dass praktisch der Zähler doch zum Stillstand käme. Und dann die Hemmfahne letzten Endes so eine große Kraft hat, dass der Zähler sich nicht steht, beziehungsweise die ganze Geschichte wieder rückwärts gedreht wird. Bloß, wenn ich mit so wenig Leistung rangehe, ja, irgendwoher, ich mache es ja nicht aus Blödsinn, mich mit Strom zu versorgen, dann ist es schon fast sinnlos. Also hier ist dann noch eine Vorrichtung drin, die bremst das Ding gegen zusätzlich noch und zwar immer so, dass die Hemmfahne an der Stelle wirkt, dass die rote Markierung nach vorne steht. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann sei der Zähler kaputt. Aber ich glaube, bei dem derzeitigen Stromverbrauch, auch wenn man noch so vorsichtig ist, verbraucht man so viel Strom, dass immer noch der Zähler ein bisschen dreht. Also hier geht es um, naja, vielleicht zwölf Watt. Und zwölf Watt, ja gut, könnte einer sagen, das ist ja eine Glühbirne, äh, eine LED-Lampe. Zwölf Watt ist ja schon gut. Ja, stimmt. Bloß, dann haben wir noch diesen und jenen und sonst was für kleine Verbraucher. Wir haben ständig irgendwelche Verbräuche. Aber gucken wir uns das Ding jetzt mal in Natura an. Gut, das war's bis dahin. Tschüss, tschüss. Aber jetzt auf zum Natura-Film. So, das Gehäuse habe ich entfernt. Und jetzt schauen wir mal hier rein. Moment, ich werde mal das Licht anmachen. Wir haben hier unten zwei starke Zugänge. Da fließt viel Strom durch. Deswegen sind die so dick. Und man sieht hier auch die beiden Anschlüsse für die Spannungsspule. Also das eine hier, die dicke, das sind die Stromspulen oder die Stromspule. Und das andere ist die Spannungsspule. Jetzt sieht man sie nicht. Ist auch ein bisschen schwierig zu sehen. Aber ich zeige, ach, ich glaube, das ist blau, oder? Ich werde natürlich den Teufel tun. Ich will ja dieses Gerät noch einsetzen. Äh, da irgendwas jetzt zu verstellen. Man kann hier ein bisschen nachregulieren oder, oder, oder. Das will ich alles nicht. Aber eins kann ich mal zeigen. Es geht sehr leicht. Dieses Rädchen. Und das ist gehemmt. Warum ist es gehemmt? Das läuft nicht, läuft nicht einfach so weiter. Aber es scheint irgendein. Nö. Ja, warum? Ganz einfach. Äh, sieht man jetzt hier auch schwer. Das ist wahrscheinlich im hinteren Teil. Äh, da ist ein Magnet drin. Ein ganz einfacher Magnet. Hier. Hier geht er rum. Dieser. Das scheint er zu sein. Und dieser Magnet, der macht folgendes. Der ist eine Art Wirbelstrombremse. So, der Strom zählt in Aktion. Im Moment habe ich keinen Strom eingeschaltet. Also bewegt sich das Rädchen auch nicht. Man sieht das dann an diesen kleinen, äh, schwarzen Markierungen. Ich schalte jetzt mal eine Belastung ein. Das ist eine Lampe. Und er bewegt sich. Man sieht das. So, ich mache mal aus. Und jetzt scheint sich wirklich tatsächlich der, die Scheibe ganz leicht zurück zu bewegen. Zurück. So, dass sie dann wieder in die Position kommt, wo die kleine Hemmung eingebaut ist. So, dass das Ding nicht von alleine weiter läuft. Das ist ein Zwischenzähler. Ich habe den ja schon auseinander gebaut. Ich habe es ja schon gezeigt. So, noch mal. Ich schalte noch mal an. Ah, jippala. Na ja, bewegt. Die Scheibe bewegt sich. Und wir haben hier 28 Watt ungefähr. 28 Watt ist sehr wenig, aber viel genug. Also die 28 Watt ist viel genug, um den Stromzähler in Gang zu halten. Ich mache jetzt mal noch einen Versuch. Ich habe das Lämpchen ausgeschaltet. Und natürlich dreht sich das Ding langsamer. Was, ohne dass ich lange rechnen muss, 16 Watt entspricht. Und das reicht immer noch, den Stromzähler anzutreiben. Das ist jetzt dieses Stromversorgungsgerät, was ich hier habe, im Leerlauf. Das verbraucht also auch was. Einfach nichts tun bringt auch nichts. Da fließen auch bei 2, 3 Volt immer noch ein paar kleine Milliamperechen. Aber wie gesagt, das ist das Wichtige dabei. So, das sind immer noch 11 Watt, 11, 12 Watt. Er wechselt immer ein bisschen hin und her. Ich schalte mal ganz aus. Ich habe das Ding jetzt vom Netz getrennt. Und es bleibt auch wirklich stehen. Der Stromzähler bleibt stehen. Und er scheint sich ganz leise nach vorne zu bewegen, weil er irgendwie wahrscheinlich in seine Parkposition zurückkommen möchte. Gut, das bis dahin erstmal. Fassen wir also nochmal kurz zusammen. Ja, Manipulationen sind möglich. Hier vorne einen super, super, super starken Magnet anbringen. Dann könnte man es vielleicht versuchen. Aber Leute, wisst ihr, was so ein Magnet kostet? Wisst ihr, was das im Vergleich zum Strom ist? Denn wir wissen ja, der Abstand bis zur rotierenden Scheibe ist ja noch durch das Glas gehemmt. Das können wir auch nicht kaputt machen. Also mit anderen Worten, hier geht es um Optik. Was der hier angebracht hat, ist Optik. Aber hier einen Magneten anzukleben, naja. Lassen wir es lieber. Wir müssen ja nicht betrügen. Egal, wie die Strompreise sind. Egal, ob uns jemand betrügt oder sonst was. Das hat hier damit nichts zu tun. Ich hoffe, es ist einfach genug gewesen, dass ihr den Stromzähler verstanden habt. Ich freue mich dann, wenn es wirklich geklappt hat. Dann habe ich es einfach genug erklärt. Das ist ja das, was ich will. Bildung hilft gegen alles. Na dann, bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.